Ich weiß nicht, ob es TikTok noch in drei Jahren so geht. In dieser Episode spreche ich mit Johannes darüber, wieso TikTok sich langfristig nicht durchsetzen konnte. Leider hat sich die Plattform in den letzten zwei Jahren wie sich die Plattform jetzt unbedingt verändern muss. Jetzt fängt so langsam die Skeptis an. Und welche Möglichkeiten TikTok hat, das Ganze zu verhindern. Und daher glaube ich schon, dass TikTok sich radikal verändern will. Erster Podcast dieses Jahr in unserem Video-Podcast-Setup. Und wir haben schon Mitte Februar. Wir haben uns heute übrigens nicht abgesprochen, aber ich glaube, wir sehen farblich sehr ähnlich aus. Sechs Wochen sind schon rumgegangen in 2024. Ganz ehrlich, wie bist du dieses Jahr reingestartet? Schwierig, um ehrlich zu sein. Viel Umbruch, gerade bei Snogs nach wie vor. Aber viele Leute, glaube ich, haben es letztes Jahr gar nicht so mitbekommen, was ja auch schön ist. Aber ich will hier im Podcast auch immer ehrlich sein, dass viele Leute das Unternehmen verlassen haben. Knapp 30 Leute haben Snogs verlassen. Wir haben auch mehr eingestellt. Also wir sind nach wie vor personell gewachsen. Muss aber auch sagen, ich war im Dezember ja auf den Malediven und ich war nie so urlaubsready. Und dann habe ich gedacht so, okay, neues Jahr, neues Glück. Und ich muss sagen, auch der Januar und auch der Februar, viele personelle Überraschungen. Auf die will ich auch gar nicht so im Detail eingehen. Aber es ist auf jeden Fall die letzten 12, 18 Monate für mich als Manager, Gründer, wie auch immer, wirklich die härteste Zeit, muss ich einfach so sagen. Ja, daher ist, ihr hört und seht mich ja nicht mehr ganz so viel in dem Podcast. Das ist unter anderem deswegen geschuldet. Also das ist gerade keine einfache Zeit. Aber ja, auch da kommen wir durch. Und ich muss sagen, dass ich sehr, sehr stolz auf das Team bin, wie wir trotzdem irgendwie 25 Prozent im letzten Jahr als Snogs GmbH gewachsen sind. Und ja, auch wieder profitabel waren, Cash generiert haben. Also Wahnsinn, wie das vorangegangen ist. Darauf bin ich sehr stolz. Auch wenn es mit Abstand das turbulenteste Jahr war, das wir so in der Form hatten. Und noch stolzer bin ich auf die Leistung von Snogs GmbH. Deswegen, wie war für dich das neue Jahr? Sehr gut, muss ich sagen. Das ist echt so ein Kontrast, ne? Ja, doch. Also man muss sagen, ich glaube, wir werden ja immer wieder irgendwie auch gefragt. Es sind ja zwei Unternehmen, das muss man einfach sagen. Aber da wir als Abteilung gestartet sind und unser Setup bisher ist auch ja alles wie eine Abteilung von Snogs immer noch. Deswegen sind wir auch in den Themen eigentlich ja mittendrin. Und das hätte uns ja auch irgendwie, sage ich mal, genauso betreffen können im letzten Jahr, was jetzt irgendwie die personellen Veränderungen gewesen sind. Oder beziehungsweise lässt uns das auch irgendwie nicht irgendwie unberührt, sondern wir teilen uns die Offices. Das heißt, Leute, die gegangen sind, das sind auch einfach direkte Kollegen, wie in einer anderen Abteilung in Hamburg oder hier in Mannheim. Deswegen ist es natürlich auch irgendwie auch für unsere Stimmung auch ausschlaggebend gewesen. Aber ich glaube, ich muss über das Team genau das Gleiche sagen wie du. Ich glaube irgendwie, dass alle gerade trotzdem irgendwie sehr motiviert sind. Und dass jeder das, glaube ich, irgendwie so wahrnimmt wie, das ist jetzt irgendwie nicht finanziell, sondern emotional einfach gesehen nicht die einfachste Phase. Aber so wie ein Privatleben, die hat man immer. Und das kann man nicht steuern auch oft, sondern man hat einfach mal irgendwie einen schlechten Tag oder einen schlechten Monat. Aber ich glaube, dass irgendwie alle sehr positiv gerade sind und merken, da muss man halt manchmal einfach durch. Ansonsten bei uns, wir haben ja Max eingestellt im letzten Jahr. Deswegen liebe Grüße an Max, falls er das hier sieht. Der den kompletten Sales-Prozess übernommen hat, bedeutet halt alle Gespräche mit neuen potenziellen Kunden. Und es hat so einen großen Unterschied gemacht. Also es hat letztes Jahr einen riesen Unterschied gemacht, als ich quasi keine Kundenbetreuung mehr gemacht habe. Und nur noch das, aber ich ja auch noch andere Themen habe. Und als Max jetzt angefangen hat, wirklich mir das Thema abzunehmen und mit Anfragen zu sprechen und dann an dem Tag das Angebot rausschicken zu können und da intensiver nochmal in die Gespräche zu gehen, das hat so viel gebracht. Und er hat auch so viel Know-how einfach mitgenommen aus dem ganzen Bereich, sodass wir, glaube ich, seit Max da sind. Und ich möchte gar nichts Falsches sagen, aber ich glaube jetzt insgesamt, ich glaube so 25 Kunden oder so neue hat er geclosed. Und vor allem müssen wir jetzt wirklich einfach gucken, dass wir das super lange im Voraus jetzt schon planen. Also Max ist jetzt so, der hat angefangen und jetzt sind wir in einem Prozesspunkt angekommen, wo wir so jetzt gucken, okay, wir müssen jetzt planen, okay, was können wir im April neu dazunehmen und nicht mehr irgendwie relativ kurzfristig im Februar. Wir können da natürlich immer ein paar Sachen umstellen. Aber das ist irgendwie cool zu sehen, dass der Prozess so läuft und ja, auch was für Kunden er geclosed hat. Das war noch letztes Jahr, aber hat Netflix bei uns angefangen, was super cool ist und das auch zu sehen. Wir haben da jetzt irgendwie bald tausend Artikel mit denen online für die einzelnen Serien und auch viele aber so D2C-Brands, sowas wie, kennst du Metallbude? Die fangen jetzt an, das sind solche Stecksysteme für Kleiderschränke. Hast du einen für einen, eine Metallbude? Ich nicht, aber Rehan hatte früher einen Metallbude-Kleiderschrank, auf jeden Fall. Und kennst du Meet Your Master? Ja, deutsches Masterclass. Genau, deutsches Masterclass. Gegründet von Heiner Lauterbach und seiner Frau. Das fängt jetzt zum Beispiel an, Inbus fängt an und so sind es super viele. Und so sind wir irgendwie sehr gut einfach in den Januar gestartet. Man merkt aber immer im Januar, so im Dezember, werden dann irgendwann alle plötzlich so super defensiv. Ab 10. sind irgendwie alle tot. So, ach nee, jetzt kommt Weihnachten, jetzt fange ich nicht mehr an mit einer neuen Agentur. Du merkst auch so, dann kommt keine E-Mail mehr zurück. Und wir gucken, wir tracken hier sehr genau, wie viele Kunden fragen, in welchem Monat denn an. Und es ist im Januar jedes Mal das Gleiche. Alle sind motiviert. Alle haben ihre Jahresziele sich aufgeschrieben. Alle wollen Marktplätze angehen. Und im Januar werden wir immer überrannt. Und dieses Jahr noch mehr. Also deswegen ist unsere heiße Faser eigentlich immer jetzt und operativ in Q4. Und jetzt bohren wir gerade die Kunden an und versuchen, da in ruhiges Fahrwasser zu kommen, weil im Januar sind immer alle hyped und motiviert. Ja. Stark. Gehen wir zum nächsten Thema. Ja. Social Media hat ja Snogs unter anderem groß gemacht. Vor allem Paid-Ads irgendwie auf den Meta-Plattformen wie Facebook, Instagram etc. Demnach war ich sehr bullig die letzten Jahre immer und immer wieder auf dem Thema TikTok. Weil man hat es ja in seinem privaten Umfeld mitbekommen. Auch du, große TikTokerin, schaust viel Content dort. Aber ich muss sagen, leider hat sich die Plattform in den letzten zwei Jahren für Snogs nicht als Sales-Kanal bewiesen. Funktioniert einfach für uns nicht. Wir haben letztes Jahr knapp eine halbe Million Euro ausgegeben. Im gesamten Jahr an Paid-Marketing auf TikTok. Und leider von allen Paid-Kanälen, laut unserem eigenen Attributionsmodell, muss man dazu sagen, war es vom Roas her der schlechteste Kanal. Daher bin ich aktuell der Meinung, auf TikTok kann man nachhaltig, also dauerhaft kein funktionierendes Unternehmen aufbauen. Würdest du die Aussage nur für D2C-Brands treffen, die mal woanders gestartet haben, so wie Snogs, die auf Amazon gestartet sind oder in Shopify-Stores, das jetzt mal dahingestellt? Oder wirklich für alle Unternehmen? Weil es gibt ja auch viele, darauf möchte ich hinaus, die auf TikTok angefangen haben. Ja, natürlich unsere Freunde von Lockhart sind immer so ein geiles, tolles Gegenbeispiel. Aber ich habe mir, OMR bringt einmal im Monat die Top-Marken, Brands, die auf TikTok wie viele Likes und sowas bekommen, so ein Ranking raus. Und da sind auch, sage ich mal, Lookup ist dabei. Mega geil, aber sonst sind da eigentlich alle renommierten Marken. Hugo Boss, Porsche und so weiter, Red Bull. Sodass ich, muss ich sagen, dass ich schon der Meinung bin, dass Instagram viel mehr komplett neue Marken geschaffen hat, als ein TikTok. Wenn ich mir nur überlege, allein in Deutschland, ein Pure Lay, ein Snogs, dann ein Captain & Sun. All diese Marken sind auf dieser Instagram-Welle, nenne ich es mal, groß geworden. Und wenn ich so an TikTok denke, ey, mir fällt immer nur Lockhart ein, so als komplett neue Brand. Und meine Erklärung dafür ist, oder wie ich es mir versuche, rational irgendwie zu erklären, dass der große geile Vorteil von diesem TikTok-Algorithmus ist, jeder kann, egal wie viele Follower du hast, du kannst, der geilste Content geht viral. Also, das ist so eine ganz freie Fläche. Was mega geil ist, deswegen kannst du von 0 auf 1000 gefühlt über Nacht werden. Das stimmt halt wirklich. Kann ich auch gleich noch eine lustige Anekdote von mir persönlich erzählen. Von 0 auf 1000, so, auf einmal kennt dich jeder und kannst brutal abverkaufen. Und davon gibt es bestimmt sehr, sehr, sehr viele geile Geschichten. Ich kenne zum Beispiel auch ein, zwei Marken, die haben solche Nippel-Patches für Frauen unter dem BH. Die haben dann Straßeninterviews gemacht, so, willst du nicht wechseln, sieht es nicht besser aus als ein BH. Mega. Das Problem ist aber aus der wirtschaftlichen Sicht, du hast dann einen extremen Hype, dann bist du wahrscheinlich direkt ausverkauft. Dann bestellst du nach, aber dann ist dieser Hype schon wieder vorbei. Und deshalb quasi zu replizieren, nochmal zu machen, ist ganz schwer. Straßeninterviews haben dann ein halbes Jahr, ja, sehr, sehr gut funktioniert. Da kommt man was aufbauen, dann schon wieder nicht mehr. Und das muss ich sagen, sehe ich extrem kritisch, auch bei dem ganzen Thema TikTok-Shops, was ja bestimmt irgendwann nach Europa kommt, als extrem kritisch. Weil ich noch nicht weiß, wie kannst du denn planbar da ein Business aufbauen, wenn du bist halt immer abhängig. Geht das nächste Video viral, dann verkaufe ich oder gehe ich nicht viral? Und es ist, die besten Content-Creator in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt können das nicht vorhersagen. So, TikTok ist einfach so. Und daher bin ich der Meinung, ich kenne aber auch nicht viele, dass ich nicht glaube, dass du auf TikTok so eine D2C-Company mit 10 Millionen Euro Jahresumsatz dauerhaft aufbauen kannst. Wo du, hey, Step by Step und die Prozesse nachziehen, Mitarbeiter einstellen und so. Daran glaube ich zum jetzigen Standpunkt irgendwie Februar 2024, glaube ich nicht. Nee, ich verstehe komplett, was du meinst. Ich glaube, wir haben Einblick, ich würde mal sagen, in 10 Brands, die ich so mit TikTok assoziieren würde. Davon sind 4, 5 Brands, die es schon lange gibt und die einfach irgendwie guten Content auf TikTok machen, der dort gut funktioniert. Bedeutet, der irgendwie viral geht, der dann oft die Produkte gar nicht so im Vordergrund zeigt. Also, sondern da geht es dann irgendwie um das Office-Life und so. Und da sind Kunden dabei, da kann ich jetzt nicht den Namen nennen, aber die sehr gelobt werden. Die habe ich auch in den Rankings gesehen, ganz neu eingestimmt. Die auch in diesem OMR-Ranking mit Sicherheit dabei sind. Wo man aber zumindest sagt, man sieht da nicht den Effekt in den Sales. Also marginal. Der ist da, aber der ist wirklich super klein und dann ist es halt immer wieder irgendwie ein richtig virales Video. Aber wir haben auch ein paar Brands, die halt, deswegen habe ich vorhin gefragt, die auf TikTok gestartet sind. Die haben auch das, aber das sind alles, eigentlich fast alles sind das Beauty-Brands, die dann, wo du einfach einen richtigen Effekt siehst. Dafür ist TikTok Hammer. Dafür war YouTube schon immer gut. Was irgendwie Produkte sind, die irgendwie wirklich irgendwie ein Problem lösen. Ob das Problem jetzt wirklich da ist oder nicht. Aber es gibt zum Beispiel, es gibt so einen Fußpilzstift. Diese Brand hat vorher kaum Umsatz gemacht. So, wir haben die vier, fünf Jahre lang betreut. Die haben auf TikTok angefangen. Die haben eine halbe Million oder so im Monat gemacht. Ich kann es nicht genau sagen, auf Amazon dann. Und die haben aber noch ihren Online-Shop und alles Mögliche noch nebenher. Ja, und da war TikTok hauptverantwortlich dafür. Man sieht aber auch natürlich diese Peaks und dass es wieder runter geht. Und da war ein krasser Fokus einfach auf die Produkte. Woran ich aber schon glaube, wenn du dann zum Beispiel nebenher Amazon aufbaust und nicht nur deinen Shop, weil in deinen Shop tust du ja immer wieder durch diese Videos leiten. Aber wenn du dir auf Amazon deine Rankings erarbeitest, dass du da ein bisschen was aufbauen kannst. Und wo du dann irgendwie langfristig von profitierst, auch wenn mal drei Wochen kein Video viral geht. Oder wenn du gerade nicht irgendwie die neuen Straßenumfragen findest oder so. Deswegen, ich bin schon voll bei dir. Ich glaube, dass du es manchmal ein bisschen abfedern kannst, je nachdem, welches Produkt du hast. Das funktioniert nicht für alle. Zum Beispiel mit Marktplätzen. Aber wir sehen auch in den Marktplatzumsätzen natürlich trotzdem, dass wenn dann mal ein paar Monate nichts funktioniert oder ein paar Wochen irgendwie auch dann keine Ads mehr ausgespielt werden, dass die Umsätze, die gehen nicht auf null runter. Aber die können sich auch super schnell halbieren, was wir bei keinem anderen Kunden haben. Niemand, der nicht auf TikTok ist, hat diese krassen Schwankungen, sondern dann ist die Woche mal zehn Prozent unter Vorwoche. Aber zehn Prozent unter Vorwoche ist schon so, dass man sagt, das war echt keine gute Woche. Und TikTok-Umsätze sind oft so minus 100 Prozent oder minus 50 Prozent und dann wieder 100 Prozent hoch. Also da bin ich voll bei dir. Und das, glaube ich, ist halt dieses Toxische, sowohl emotional, weil du ja immer diesem nächsten Peak hinterher rinnst, und auf der anderen Seite auch wirtschaftlich, weil du kaufst ja Waren ein und Cash ist einfach King. Und wie kalkulierst du jetzt? So, klar, du kannst gleich in den Durchschnitt und sonst was nehmen. Ja, dann geht aber mal nicht einmal pro Woche ein Video viral, sondern nur mal einmal im Monat und schon verkaufst du irgendwie ein Viertel und bam, hast du zu viel Ware eingekauft. Und daher wäre mein Tipp an alle, die irgendwie TikTok als großen Sales-Kanal sehen, wäre mein konkreter Tipp, investiert das Geld relativ zeitnah dann in entweder ein Marktplatzgeschäft aufbauen oder dass ihr die viralen Videos von TikTok nehmt und bei Meta zum Beispiel Apps schaltet, um irgendwie was Konstantes aufzubauen. Weil sonst, ob früher oder später, werdet ihr damit auf die Fresse fallen und ein riesengroßes finanzielles Problem haben. Und daher glaube ich auch, dass die Marke TikTok oder diese Plattform an sich auf Dauer... Ich weiß noch nicht 100% wie dieses Monetarisierungsmodell rund um TikTok dann funktionieren soll. Weil am Ende des Tages, Meta hat unfassbar gute Zahlen geliefert, die letzten, sage ich mal, halbes Jahr. Warum? Weil die Werbentreibenden waren alle sehr gehypt auf TikTok, der Konzerne heißt ja ByteDance, haben dort Geld rausgegeben, so wie wir. Und jetzt merken alle, ja, die Aufmerksamkeit ist dort, aber profitabel der Ad zu schalten geht so und jetzt gehen sie wieder mehr zurück zu Meta. Und daher wäre mal eine sehr bolde Prediction von mir. Ich weiß nicht, ob es TikTok noch in drei Jahren so gibt. Denkst du, dass TikTok-Shops was ändert oder dass es was ändern würde? Weil die Krux an der Geschichte ist doch eigentlich genau das, was du gesagt hast. Und das versteht TikTok ja wahrscheinlich selbst auch. Es ist zwar irgendwie die Magie, dass ich jemandem nicht folgen muss und dass jemand morgen viral gehen kann, den ich heute noch nicht kenne. Aber auf der anderen Seite ist es ja so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Also denkst du, dass TikTok was ändern wird irgendwie am Algorithmus, dass man eben doch diese Follower schafft zum Beispiel wieder benötigt? Oder mit TikTok-Shops, dass sie da irgendwie was dran ändern? Oder glaubst du eigentlich, naja, das war die Magie von Anfang an, das werden sie nicht ändern? Ich glaube, dass intern bei TikTok, das ist alles Predictions, aber ich glaube, dass die genau deswegen TikTok-Shops so pushen, weil ich glaube, wenn ich mir Metas Werbeumsätze anschaue, dann glaube ich, ist so ein Drittel der gesamten, also Meta macht, glaube ich, so 130, 140 Milliarden Umsatz im Jahr mit Werbeeiner, mit Werbung. Und ich würde sagen, ungefähr ein Drittel, das weiß man nicht, aber ein Drittel sind so Brand-Marketing, einfach Reichweite bekannt werden. Hugo Boss macht einfach das, oder Mercedes-Benz, das möglichst viele sehen. Aber ich würde sagen, zwei Drittel sind wirklich Performance-Ads, dass man Geld ausgibt und einen direkten Return. Das hat ja Performance-Marketing-Meta groß gemacht. Und ich glaube, das ist von TikTok und ByteDance ein Riesenproblem, weil, ey, Reichweite, bis du dort bekommen, kriegst du 100%. Aber deswegen nur ein Drittel von denen vielleicht, vom gesamten Kuchen, glaube ich, diese eine Drittel, ja, 100%, aber die zwei Drittel, Performance-Ads, da haben die, glaube ich, Riesenprobleme. Und die sind ja noch nicht öffentlich, also sind nicht an der Börse notiert, ByteDance, sondern noch in privater Hand. Und es gab mal sehr viele Gerüchte, dass TikTok an die Börse geht und so. Und diese Gerüchte, und es ist immer so, viele Gerüchte, wie gerade bei Shein und so weiter, wenn es halt gerade mega läuft, dann willst du immer versuchen an die Börse. Aber diese ganzen Börsengerüche rund um TikTok sind sehr weniger geworden, weil ich der Meinung bin, aber das ist echt eine stromme Prediction, dass ich glaube, dass die TikTok-Zahlen im Hintergrund, die Umsatzzahlen von TikTok, gar nicht die Reichweite, die Umsatzzahlen von TikTok relativ scheiße sind, weil immer mehr, also jeder Marke hat verstanden, ich muss das mal ausprobieren. Wir auch, wir haben auch eine halbe Million ausgegeben. Aber ich glaube, jetzt fängt so langsam so die Skeptis an. Ey, es funktioniert doch nicht so. Meta funktioniert dann doch vielleicht doch besser. Und deswegen glaube ich schon, dass es in den nächsten Jahren nochmal krasse Veränderungen auf TikTok gibt, weil, dass diese Plattform quasi wirtschaftlich funktioniert, muss diese Plattform es ja irgendwie schaffen, für Marken spannend zu sein. Weil die Marken finanzieren jetzt quasi, dass die Endnutzer nichts dafür zahlen müssen, weil sie Werbung konsumieren. Und daher glaube ich schon, dass TikTok sich radikal verändern wird. Sowohl mit TikTok-Shops, was sie viel machen, aber ich glaube auch mit anderen Sachen, dass man einfach viel mehr, vielleicht Marken mehr Reichweite gibt. Oder dass man sagt, okay, Follower, wenn du 10.000 Follower hast, wenn du jetzt ein Video postest, kriegst du nicht mal mindestens 500 Views, sondern du kriegst mal mindestens 5.000 Views. Weil so funktioniert vielmehr der Instagram-Reels-Algorithmus, dass quasi die Mindestreichweite, die du bekommst, bei meinem Account können wir es mal konkret machen. Ich habe ja so 40.000 Follower auf Instagram und meine Reels, weil wir posten ja jeden Tag hier aus dem Podcast Reels, haben wir mindestens so 8.000 bis 10.000 Aufrufe, wenn es ein schlechtes Video ist. Wenn es ein gutes Video ist, würde ich sagen, hat so 25.000. Und wenn es ein geiles ist, ist es so um die 50.000. Es gibt eigentlich immer so drei Stufen. Das siehst du bei Instagram sehr gut. Die schlechten Videos bei TikTok, ich weiß gar nicht, wie viele Follower wir gerade bei TikTok haben, aber ich glaube in einer ähnlichen Größenordnung. Die haben 300. Die haben 300. Und ob ich 300 habe oder 8.000, das ist halt für meine Prediction, also wie viele Leute erreiche ich mindestens pro Tag, schon ein großer Unterschied. Und daher glaube ich schon, dass sich da seitens von TikTok Sachen entwickeln müssen. Sonst ist es für Brands und irgendwann genauso auch für Influencer echt schwer, weil bei Influencern funktioniert es ja genau gleich. Die verkaufen ihre Reichweite. Aber wenn der Influencer halt zwischen einer Million Views und 300, er selber auch nicht sagen kann, wo ich bin und null kalkulierbar, dann kriegt er auch weniger Geld von den Marken. Weil deswegen will ich das sagen, im Endeffekt finanzieren ja, und das meine ich gar nicht eingebildet, aber Marken wie wir von groß bis klein, es gibt ja alle Range, wir finanzieren ja quasi eine Plattform über Influencer, dass die dann geilen Content machen können und ein tolles Leben haben, als auch, und das ist gar kein Hate, die sollen ein Hammerleben haben, wir verdienen ja auch damit Geld, oder dass wir Paid Marketing machen. Und beides sehe ich einfach nicht, dass das crazy, crazy funktioniert für Kleinen. Die großen Mercedes-Benz, die machen da geilen Scheiß. Aber die müssen halt auch nicht direkt 10 Autos verkaufen, sondern hey, es geht um Reichweite, dass das cool aussieht. Aber so performance-seitig sehe ich es einfach nicht. Aber findest du es nicht crazy, dass es eigentlich drei, wann haben wir TikTok angefangen? Haben wir 20 oder 21 damit angefangen? Ich glaube, wir haben 2020 im Sommer damit angefangen. Also dreieinhalb Jahre ist ja im Endeffekt doch eine lange Zeit, um es rauszufinden. Ja, voll. Und dann, man sagt immer neue Plattform. Nee, dreieinhalb Jahre ist da. Guck mal, Corona, als Corona angefangen hat, da war es dann so der neue heiße Scheiß mit Clubhouse und alles. Und seitdem ist irgendwie dann doch nicht so viel passiert, muss man sagen. Also in dreieinhalb Jahren saß jetzt hier wenig Marken bisher, die so komplett wie damals Instagram oder wie mit Amazon FBA. Deswegen ist meine Ansage, ich glaube, Meta und Instagram, Facebook Welt und auch Amazon ist eine viel, viel geilere Plattform für Businesses, als es TikTok bisher geworden ist. Und ich glaube, das ist ein großes Problem intern bei TikTok. Nächstes Thema. Du hast den Inner Circle gelaunched. Ich kriege immer wieder Fragen, was es ist. Vielleicht kannst du es mal für alle erklären, weil... Wie würdest du es erklären? Das würde mich mehr interessieren. Okay. Vielleicht erkläre ich es jetzt... Also... Ich habe überlegt, wie ich anfange. Also ich glaube, wir haben noch nie so drüber eigentlich gesprochen. Wir haben noch nie über den Inner Circle gesprochen, glaube ich. Also er ist irgendwo am Rande so, klar, mal aufgetaucht. Aber ich habe es so wahrgenommen, dass es so entstanden ist, dass du am Wochenende mit Belinda und Mark drüber gesprochen hast, über all die Leute, mit denen man eigentlich in Kontakt ist, in seinem Netzwerk, aber oft der Austausch sehr oberflächlich ist, dadurch, dass es natürlich toll ist, dass es so viele Leute geworden sind, aber dass es schwierig ist, mit einzelnen Leuten in Kontakt zu treten oder auch mit dir in Kontakt zu treten. Wir kennen alle LinkedIn-Nachrichten, auch wie das überschwappt und man sehr oberflächlichen Kontakten noch zu Leuten hat, aber gleichzeitig merkt, und ich glaube, das geht sehr vielen so, dass wenn man mal sich wirklich mit Leuten zusammensetzt und unterhält, wie viel einem das eigentlich gibt, aber die Momente super selten zustande kommen. Und dann, das ist quasi das, kannst du ja gleich mal sagen, ob das so stimmt, dass das so aufgekommen ist, aber es ist sicher noch nie drüber gesprochen. Und dann hast du den Inner Circle gegründet als WhatsApp-Gruppe und man konnte sich drauf bewerben. Leute, wo du das Gefühl hattest, die sind inspirierend und die inspirieren sich auch irgendwie gegenseitig, über sich unterschiedliche Themen auszutauschen. Das, hätte ich gesagt, ist der Ursprung gewesen und es war Ende November, Dezember, hätte ich gesagt. Ich glaube, oder es gibt zwei große Why's hinter dem Inner Circle. Zum einen, genau wie du es gesagt hast, das mich gestört hat, dass ich mit vielen Leuten im Austausch bin, aber sehr oberflächlich. Immer nur, ah, hi Johannes, oder können wir ein Foto machen, ich höre euren Podcast und dann muss ich schon wieder weiter, weil da noch andere warten. Dass mir das total gefehlt hat, weil deswegen liebe ich den Podcast. Ich bin obsessed mit E-Commerce. Ich liebe das, mich da reinzufuchsen, tiefe Gespräche und so zu haben. Und das hat mir vor allem jetzt in dieser immer größer werdenden Reichweite und irgendwie E-Commerce-Szene ist es immer mehr in den Hintergrund gerückt, der eigentliche Content und der eigentliche Austausch. Das ist das eine. Und zum Zweiten muss ich ja sagen, dass die Personal Brand hat sich sehr stark auch in den letzten Jahren über Speakings und so weiter finanziert. und da habe ich auch für mich gemerkt, dass ich beruflich schon sehr, sehr viel Opfer für Snogs GmbH und so, dass ich wenig Kontakt mit Freunden und Familie und sowas habe, weil ich viel arbeite und ich das auch liebe. Und wenn dann noch irgendwie Samstags ein Speaker-Event ist, dann fahre ich irgendwie acht Stunden nach Hamburg und eine halbe Stunde, Stunde auf der Bühne zu stehen und dann wieder zurückzufahren. Das hat sich irgendwie für mich nicht mehr so richtig angefühlt. Ich will das auch nicht missen wollen. Das war eine unglaublich geile Zeit und eine tolle, tolle Erfahrung auf den größten Bühnen Deutschlands zu sehen, ob das um Air, Bits & Bratzels und so weiter war. Aber für mich war dann so ein bisschen der Punkt auch Ende des letzten Jahres, dass ich gemerkt habe, was so der nächste Schritt jetzt für mich und was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß. Und dann habe ich so gemerkt, ich liebe den Austausch, ich liebe es total, neue Leute und neue Geschäftsmodelle und so kennenzulernen, so wie hier auch im Podcast. Mir macht es an sich auch Spaß, dann auf der Bühne zu stehen, aber die Downside mit diesen vielen Reisen und dass ich nicht daheim bin bei der Familie und immer so rausgerissen werde, dass mir das total fehlt. Und dann kam tatsächlich, genau wie du gesagt hast, kam die Idee auf, tatsächlich durch Marc, einen meiner besten Freunde von unserer Familie, sage ich mal, weil er gesagt hat, er ist selber ein riesengroßer Lena-Meyer-Landrut-Fan. Stimmt. Und dann hat er gesagt, um ihr so näher zu sein, gab es irgendwie mal einen Discord-Channel, wo man irgendwie einmal, ich weiß nicht mal, 50 Euro zahlen muss, dass man mit ihr in einer Gruppe, im Discord-Channel drin ist und er hat das gemacht und fand das total cool und sonst was. Warum ich das nicht so was in die Richtung mache, weil ich daheim erzählt habe, wie es mir gerade geht wegen der Personal Brand und dann war ich so, ey, stimmt eigentlich, einfach nur eine WhatsApp-Gruppe, jeder zahlt einen Betrag und dann können die Leute mir alle Fragen stellen. So ist die Idee entstanden, habe dann eine Typeform einfach Why Not gemacht und habe gefragt so, ey, wer von euch hätte da Bock drauf und dann haben sich da über 200 Leute direkt drauf beworben und es ist so, sage ich mal, in meiner Story für mich persönlich viral gegangen, gar keinen so, aber es war für mich outstanding. Es sind irgendwie über 200 Leute bereit, mehrere hundert Euro im Monat zu zahlen, nur mit mir in einer WhatsApp-Gruppe zu sein und das war für mich irgendwie mindblowing und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt mit der Information, also die Nachfrage ist da, die Leute haben da Bock drauf und dann habe ich mir überlegt, weil ich in dieser Umfrage auch gefragt habe, sollen es lieber für 100 Euro im Monat irgendwie 500 oder 1000 Mitglieder sein oder lieber, 500 Euro im Monat, dafür sind wir 20, 30, 40 Mitglieder, also eine kleinere Gruppe, ausgewählt, dafür teurer und dann habe ich mich entschlossen, tatsächlich die kleinste Form zu nehmen, der Gruppe, also der Inner Circle kostet 500 Euro im Monat pro Person und zum Start waren dann 20 Leute drin und wir haben Anfang Dezember angefangen, war mal wieder eine super Idee, ich bin dann ja in den Urlaub gegangen, aber es hat direkt unfassbar viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen, wir haben uns dann alle vorgestellt und dann Learning by Doing, als erstes war es eine WhatsApp-Gruppe, inzwischen ist es eine sogenannte WhatsApp-Community, das heißt, wenn ihr mal euer WhatsApp aufruft, unten in der Mitte gibt es so ein Reiter-Community, den rafft man noch nie und das ist im Endeffekt eine Übergruppe mit ganz vielen Untergruppen und jetzt gibt es verschiedenste Gruppen im Inner Circle, eine Amazon-Gruppe, wenn man Fragen zu Amazon hat, es gibt seit gestern oder vorgestern eine Mercedes-Gruppe, weil ich dann einen Mercedes-Berater mit reingetan habe und der beantwortet alle Fragen, wenn man sich ein Auto leasen will, aber Online-Shop-Optimierung, AB-Tests, dann Dennis zum Beispiel, der den Podcast mitunter auch mitproduziert, ist auch in der Gruppe für Personal Branding, da teilen wir auch immer die Zahlen zum Beispiel vom Podcast und so weiter, dann gibt es einen Allgemein-Channel wie auch in Slack, wo allgemeine Informationen gibt und so haben wir das dann aufgebaut, es gibt ganz viele verschiedene Gruppen und für jede Gruppe oder noch nicht jede, aber wir sind gerade auf dem Weg dorthin, gibt es einen Experten oder Expertin, die dann jeden Tag Content raushaut, zum Beispiel, wir haben auch einen SEO-Channel und der liebe Maurice, das könnt ihr auch hier ja schon aus dem Podcast, der haut dann zweimal pro Woche in diesem Channel dein Content raus, wie kann ich selber SEO machen und dann gibt es einen CRM-Channel, da ist der Jakob drin, Gerzen kennt ihr bestimmt auch und der macht dann zwei Tipps pro Woche, hey, wie kann ich besser mit Klavio umgehen und ich muss sagen, aus dieser anfänglichen Idee, ey, ganz cool, ist jetzt ein wahnsinniges Produkt, ohne da eingebildet zu sein geworden, weil du halt irgendwie 10, 15 verschiedene Gruppen hast, wo jeden Tag kommt der Content, jeden Tag Zahlen von Snogs, Zahlen von den besten E-Commerce-Leuten in Deutschland, mein Netzwerk, die ich da reinhole und es gibt noch zwei Calls pro Woche irgendwie, donnerstags immer mit jemand externen, wir hatten jetzt Polar, den Adrian da, wie man UGC-Content aufnimmt, dann hatten wir GetClar da, den Max, wie man irgendwie die Profitabilität im Online-Shop misst und ich mache jeden Freitag einen Call, wo es immer viel um Investoren zum Beispiel ist, das aktuelle Thema, hatte ich jetzt vier Calls dann, wie finde ich einen Investor, die zahlen, wie viel ist denn Snogs wert, wie groß war unser Deal, das alles teile ich dort und das muss ich sagen, auch ein bisschen rausgesucht ist, der große, große Vorteil von so einer Gated oder Paid Community, das Commitment ist halt ganz anders. Wärst du jetzt einfach so in der WhatsApp-Gruppe, würdest du sagen, aber wenn du 500 Euro im Monat, dann liest du je alles durch und inhalierst den Content, setzt es um. Das Geld, ohne Frage, ist geiles Geld, auch für die Personal Brand, aber ich würde mehr Geld verdienen, wenn ich jetzt Speaking-Invents und Sponsoren und so machen würde. Aber das zu sehen, wie die Leute das umsetzen, das ist Wahnsinn. Zum Beispiel haben sich jetzt auch vier Mitglieder zusammengetan und haben gemeinsam den Logistiker gewechselt. Haben selber die Logistik gemacht, haben gesagt, alleine kriegen wir keine guten Preise, haben sich zu viert zusammengetan und haben jetzt die Logistik gewechselt. Amazon-Accounts waren gesperrt, haben wir frei bekommen. Paypal-Konditionen waren, jemand aus Österreich hatte scheiß Paypal-Konditionen, die hatten keinen Ansprechpartner, dann hat er auf LinkedIn gepostet und dann haben direkt 20 Leute drunter kommentiert, kennt jemand jemand von Paypal? Allein da hat er irgendwie über 100.000 Euro Gebühren im Jahr gespart. Also es ist für mich total faszinierend, wenn du 20 smarte, hungrige, coole Leute zusammenpackst, was dort passieren kann. Und das muss ich sagen, das erfüllt mich aktuell beruflich unfassbar in dieser harten Zeit, macht mich wenig beruflich gesehen so glücklich wie der Inner Circle, weil du mal wieder einen richtigen Impact hast. Du hast es ja bei deinen Kunden so, wenn du geile Zahlen und so hast, aber für mich als Geschäftsführer, bei mir kommt ja oft von der Firma die Scheiße kommt auf meinen Tisch. Und das ist mein Job, ich will mich nicht beschweren, aber da jeden Abend irgendwie, ich beantworte wirklich jede Nachricht in dieser Inner Circle, jeden Tag eine Stunde, nehme ich mir davor Zeit, da diese Storys zu sehen, wie hungrig die Leute sind, wie geil und schnell die sind, weil das ja alles junge, dynamische Unternehmen sind, das macht mich unfassbar glücklich. Ich muss jetzt natürlich einmal kritisch da reinfragen. Du hast 20 Leute da drin, die zahlen 500 Euro. Und ich kenne dich aber auch, du hinterfrägst immer auch alles natürlich stark nach einem Business-Modell. Und es ist ein sehr gutes Business-Modell, aber würdest du sagen, dass man das noch irgendwie weiter und größer skalieren kann, weil was den Inner Circle ja auch einfach ausmacht, ist, dass er so klein ist, wie er ist und sich da schon sehr helfen kann. Weil würdest du jetzt, also korrigiere mich, einfach 80 neue Leute dazu packen, würden die 20 wahrscheinlich denken, naja, also eigentlich waren wir 20 und vielleicht wären fünf andere noch cool gewesen und machen das noch mal größer und haben noch mal mehr Input. Aber 80 fänden sie ja wahrscheinlich nicht cool, oder? Ja, absolut. Wir sind jetzt, also wir sind mit 20 gestartet. Dann haben wir noch mal zehn neue Leute reingelassen im Januar. Dann waren wir 30. Und dann jetzt zum 1. Februar haben wir noch mal fünf Leute reingelassen. Also wir sind gerade so 35 Leute und jetzt habe ich gesagt, im März lasse ich keine Leute mehr rein, weil ich mal erstmal Gruppendynamik gucken wollte, wie das ist. Und dann habe ich aber dem Inner Circle abfragen lassen, Leute, wie sollen wir es machen? Sollen wir noch mal fünf neue Leute reinlassen oder sollen wir abwarten? Und die Leute haben abgestimmt. Tatsächlich haben sie gesagt, sie wollen fünf neue Leute, aber wir machen so, dass Leute aus dem Inner Circle ihre Freunde quasi, man kommt nur rein, wenn man irgendwie einen Kontakt hat oder sich bewirbt unter inner-circle.community könnt ihr euch bewerben und ja, die Bewerbung ausfüllen. Und dann entscheiden wir als Gruppe, als Community gemeinsam, weil wir schon sehen, auch jetzt im Februar sind wirklich wieder wahnsinnige, krasse Leute reingekommen. Zum Beispiel auch die größte Yoga-Influencerin. Maddie Morrison, oder? Genau, auch die ist reingekommen. Aber auch andere echt große E-Commerce Firmen, weil klar, das kann sich nicht jeder leisten. Jeder, der da drin ist, hat halt in einer gewissen Weise auch schon die finanziellen Mittel und ist auf ganz individuelle Weise erfolgreich. Und dadurch sind auch die neuen Mitglieder, bringen auch ihren Beitrag und bringen da Input. Deswegen ist für mich das Allerwichtigste, Qualität über Quantität. Ich will da keine 200 Leute drin haben, weil über 250 Leute stehen gerade auf der Warteliste und sagen, ich möchte rein, ich zahle das Geld. Aber nein, ich sage, nee, mir ist die Qualität in dieser Gruppe viel wichtiger und das ist Wahnsinn, was in dieser Gruppe abgeht. Ey, jeden Tag. Bestimmt, wenn man alle Gruppen zusammen nimmt, 100 Nachrichten, heute in Call, morgen bin ich wieder dran. Also diese Dynamik ist wirklich Wahnsinn. Und du kriegst auch Premium-Accounts, Helium, 10 kriegst du for free, Manager-Magazin hast du for free, Handelsblatt hast du, Sys-Tricks hast du, all diese Accounts hast du auch noch for free on top. Deswegen, 500 Euro ist viel Geld, aber du kriegst auch fucking viel Value. Und ich sage zu den Leuten so, wie viel zahlst du irgendwelchen Random-Agenturen und wie viel Input geben die dir? Und da sich auszutauschen und einmal im Monat kommen wir ja auch zusammen. Wir meinen, jetzt war jeder Founders League, habe ich alle zum Essen eingeladen bei Personio. Jetzt heute sind ein paar da. Ihr könnt immer kostenlos im Office arbeiten, wie lange und wie oft ihr wollt. Also ist schon geil, aber ich bin voll bei dir, um jetzt wirklich auch mal die Frage zu beantworten, dass man es jetzt nicht unendlich skalieren kann. Möchte ich aber auch nicht. Man guckt immer von Monat zu Monat, ey, sollten wir noch fünf freien lassen? Ja, wenn nicht, dann lassen wir es halt. Würdest du sagen, dass du glaubst, dass es für viele Personal Brands, die sich über die letzten Jahre so wie deine aufgebaut haben, ein neues Geschäftsmodell wird? Also glaubst du daran, dass es, sage ich mal, nächstes Jahr, ich weiß nicht, wie viele LinkedIn-Creators zum Beispiel gibt, die jetzt über 100.000 Follower haben oder um die 100.000 Follower, aber wahrscheinlich schon irgendwie in Deutschland, hätte ich mal gesagt, 30 bis 50 oder so. Was denkst du, wie viele davon haben ein Inner Circle nächstes Jahr? Ich glaube, ohne eingebettet sein, aber wenn wir das jetzt machen und wir haben es ja noch nicht gar nicht auf LinkedIn gepostet oder so, wir haben nur in meiner Instagram-Story darüber geredet, aber ich glaube, dass wir da viele andere Creatoren inspirieren und in den USA gibt es schon viele andere, auch in Deutschland. Will ich gar nicht so jetzt sagen, aber ich glaube, es werden viele machen. Ich glaube aber auch, dass es gar nicht so leicht ist, weil viele Leute halt irgendwie einen Fokusbereich haben und das ist, glaube ich, was auch meine Personal Brand ist, komisch so in der dritten Person zu reden, aber was uns halt ausmacht, wir haben wirklich ein Unternehmen im E-Commerce-Bereich, wir kennen uns gut aus mit Amazon, mit verschiedenen AB-Tests, Channels und so weiter, also mit ganz vielen unterschiedlichen Themen und ich bin nirgendwo der Beste mehr, deswegen hole ich mir Experten für die einzelnen Gruppen mit dazu, weil ich sage, hey, da gibt es Leute, die sind besser als ich selber. Ja, deswegen glaube ich, ich kann selbstbewusst sagen, für den Snogs-Kosmos und die Personal Brand Johannes und ich rede in der dritten Person, weil das ein ganzes Team im Hintergrund ist, glaube ich, dass wir für viele Leute im E-Commerce einen krassen Value liefern können und deswegen glaube ich, funktioniert das für uns extrem gut und für die Leute, die da drin sind, ich glaube, es ist auch ein spannendes Geschäftsmodell, ich glaube, man muss nur, wenn man jetzt LinkedIn-Experte ist, geben die Leute 500 Euro aus für nur in Anführungszeichen LinkedIn-Tipps. Bei uns, wir haben einen Personal Branding Channel, wo Olli drin ist, wo er immer Tipps rein drauf ist, also da, glaube ich, ist es gar nicht so einfach, dann zu gucken, wie man es macht und was sind die Leute auch bereit zu zahlen, aber es kann ja auch kleiner sein, wenn es nur, in Anführungszeichen, was ja auch krank viel Geld ist, 50 Euro im Monat ist und du hast da 50 Leute drin, sind 2.500 Euro, also dieses Paid und Gated Community, glaube ich, wird echt ein sehr großes Thema, weil man so geflutet ist mit sämtlichen Social-Media-Kanälen, dass man sich ja jetzt eher wieder zurückzieht, um mit wenigen Leuten dafür sehr intensiv zu kommunizieren. Ich glaube, dass es auch noch sehr befeuert wird durch die Vielzahl an Veranstaltungen, weil während Corona hatte ich das Gefühl, dass alle geächtzt haben, sich mal wieder irgendwie in Person zu sehen und auf irgendwie eine Conference zu gehen und dass das Ganze nicht nur online stattfindet und jetzt finden alle Sachen wieder statt und man hat aber irgendwie sein Leben ein bisschen umgestellt und ich glaube, das ist ja nicht nur du, der dann irgendwie zur OMR fährst und sagst, das reißt mich jetzt drei Tage raus, sondern auch jeden, der hinfährt. Dafür muss man gar nicht auf der Bühne stehen und dann sagen die meisten Leute ja sowieso danach, ey, es war mega inspirierend, aber mir fällt es manchmal so schwer, wenn ich dann zurückkomme und mein Stapel hat sich irgendwie gefüllt, dass ich dann noch diese Inspiration nehme von den Themen, die ich dort gefunden habe für mich, das umzusetzen. Und dann warst du bei dieser Konferenz und die war mega gut, aber du hast davon nichts umgesetzt und deswegen glaube ich, dass es das Thema auch noch so ein bisschen befeuert, weil ich nehme das schon stark wahr, dass viele das sagen, ah, ich war da, aber ich weiß nicht. Aber wenn du jeden Tag daran erinnert wirst und so wie du sagst, du zahlst jeden Monat die 500 Euro und du zahlst jeden Monat quasi ein Konferenzticket, aber das wird, du wirst auch jeden Tag daran erinnert und kannst auch immer wann du willst in die Themen wieder einsteigen und wann du Zeit dafür hast, dass das auch, glaube ich, viele in Anspruch nehmen und die dann sagen, ach, dann fahre ich jetzt irgendwie, fahre ich vielleicht nicht mehr zu ein, zwei Konferenten oder so, sondern ich arbeite meine Sachen irgendwie daheim ab. Voll. Gibt es einen Romy Riffel in der Circle in dem Jahr? Glaube ich nicht. Vor allem das, was du gesagt hast, weil das sehr marktplatzlastig einfach wäre. Also für Leute, die wirklich einfach Bock haben, wir haben ja schon sehr viele, wir kümmern uns ja um Firmen, die das Thema Marktplätze outsourcen wollen. Und wenn, dann wird es das geben für Leute, die wirklich sehr, die einfach das selbst machen wollen und die nicht irgendwie genervt sind, weil zu uns kommen Leute, die wollen keine Ads schalten, die wollen eigentlich Ruhe haben, die wollen sich auf andere Sachen fokussieren. Also für die, die vielleicht uns kennen, aber keine Kunden sind und aber sich in Marktplatzthemen reinfuchsen wollen, das vielleicht, aber ich glaube nicht so zu allen Themen, weil da bist du der, da bist du der Generalist von uns beiden. Das war Abschluss. Das war mir ein Fest. Wer sich bewerben will, inner-circle.community jeden Monat, wie ich es gesagt habe, kommen, eventuell fünf Leute dazu. Ich schaue mir jede Bewerbung an und dann melden sie mich vielleicht bald bei dir per WhatsApp, per Sprachnachricht. Und in dem Sinne, hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Gebt weiter Gas. Ich bin gespannt, was aus der Schaltung gibt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.